und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Ultimate Team so richtig aufgefasst klingt das hier weil ich so inzwischen bin dass wir dafür in Liga stehen könnten jetzt jetzt sind schon wieder in einer Scheiß 5 Liga rumdübbel ja aber dann sagen sie mal auch oben ich bin überhaupt noch 5 Liga wissen wir ja ich will das aktuell nicht aber ich glaube naja gucken wir schon mal jetzt auf einmal die Wechsel sind ich weiß auch nicht was der Feuer gespielt haben ich glaube tschu 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 mal wieder so ein deutsches team Römeri in Belarabie damit auch die Tümerleitersalte Lino auch haben muss ich hab noch ja hier wird wohl eher gut aber er hat nur von Red Bull New York aber eigentlich sind das die Leipziger Trikots oder ich erkenne ich weiß es nicht ja aber blau ist besser die Bayern München Trikots bringt uns kein Glück ich bin ja mal nach hinten von der Skena Junge das heißt man soll mal Tricks 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 und nach vorne spielen wo keiner steht der dritte auch schön auch mal gut auch mein Gott was doch so war der macht eine Ecke draus mit der Schena viele Blau um Nero das war wieder was gesehen aber er redet nix besonders da wollte ich mich hin in der Gipfel in der Gipfel ich will nicht also ja ja also Müller warum gehst du am Kopf bist du Idiot ey ok oh 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 nice oh die oh mein Gott 1 zu 1 mal denken, funktioniert sehr gut so wie man sieht. Haha. Ja, kann man mal machen. Ok Herr Nannels Ok Herr Nannels Ok Herr Nannels Ok Herr Nannels nächstes Mal bitte machen Danke oder oben Necke Ecken sind immer merkwürdig wie die hereinkommen auch schön hat er den Ball sie abnehmen lassen der Hummels Frau Martin Ness mit Martin Ness läuft aber hier jetzt hier die Liste damit nachdem er warum damit er mitläuft Guck an Na guck an Nadir seit Stürmer hier Frau Bessert hat aber wir führen so schon mal auch Mann wurde Felsen V gewesen K K K K oh Mann hö Ach Dich stand es gerade schön wieder hoch Sorry Der drinnen Kuh den noch Was noch schießt du an die Lenkung? Also das war ja so richtig da jetzt wieder. Er kann auch mit Leben nach Hause gehen, denn so viele Spieler, die einfach nur nach Hause gehen müssen. Aber der ist zurückgekommen. Ich frau nicht. Ah, schade. Er ist so groß, kein Nullköpfball. Ja, so viel. Geil, der Grobe beuradet weg ist. Den haue ich aber weg. Er muss sich auf diese Seite einfach nicht mehr so weit zu lenken. Ja, gut. Es geht jetzt nicht weiter. Ich hoffe, ich sag schon mal, sonst beh Madrid? mal in der dritte kommen wenn ich mal absehe will ich kann es nicht mit schuldschirm spielte guckte die würde ich starben spiel bei was denn mal hier wer die immer weg abgrätschen dürfen oder was der so vorgang würde so farben mein gott und wieder ein konter eingegriffen eingeleitet leno wir an da ich habe dir du lebst heute nichts mehr einer und das hat er ein schwein dass der abfeift hat der ein schwein das kann doch nicht wahr sein leno du bist auch vollkommen behindert alter ich kann ja auch so nehmach nichts eine woche ausgeholt das ist guter mit dem wir lassen immer schon für kagawa dr der kohle das ist brutal mein gott da wieder knapp das gewinnen ist kein absatz aber dennoch existiert es ist echt total was ich spiele hat auch schon gemacht ein anderes ersatz auch mal wieder backt das ist wieder müssen auch mal der der bay werden wir hätten ja wir mal messi mitgenommen aber haben wir leider dank gottes in der anderen mannschaft drinnen meiner Mannschaft ist mehr jahre bis zu der spanischen Mannschaft deswegen also hätten wir mal lieber als Joker mitgenommen zu müssen müssen als sogar meist mitnehmen für die Freistoß oder so auch mal in der wollte nicht was machte nido kriegt die bei doch mal an die haute bei den selben für schlechtes aktiver ja er will hat sie hat und man hat den Ball mitgenommen Eider vor allem ist der Punkt mit Anbieter warum schießt er so extrem der Klub Orsdorbe klappt schon wieder 100%ige Chance das mann mal wir haben dennoch und er war so voll der Kanne den Weggrätschleider die Diener die Diener Träger und so wie schon ein Aussichter wenn der Einer Auge zum Wahnsinn wie Zeit die Einschränkung einschreiben muss 3 der Kasse zu finden auch nur durch null durchsetzen vermögen ganz ehrlich was war denn das jetzt wieder ich mach eh einen pass von anderen hier oder mit wir haben um und es ist in den Ball ich habe so ein auch über die Berührung für das Exhafte sie kommt ein Jahr die Rehmetter mit Waffen der Klopter seine Bähne hin Mann, das ist doch verarsche, zwei Spieler, aber lenkt die dahin und die laufen nicht hin. Richtig so, wie darf ich da den Nächsten hin? Oh, nice. Jetzt hat er die Hand. Oh Mann, oh Mann. Hallo. Really, really nice. Wir haben irgendwie alles verleihen, die Spieler. Ja, für uns. Nee, das stimmt da geht's nicht mehr. Ja, ich krieg noch ein bisschen da hin, aber. Irgendwas stimmt bei uns nicht. Irgendwas haut ich. Siger Sonntag. Danke. Bitte, bitte. Ja, meine lieben Freunde, da hat sich alle mit ihm ganz schnell mal aufgehangen, so schnell geht das. Wir bedanken uns trotzdem bei euch recht herzlich, dass ihr eingeschaltet habt. Das bleibt da, wenn euch die Folge gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit einem vollständigen Team, weil zur Zeit haben wir kein Team, so wie es auch sieht. Internetprobleme. Kennen wir ja. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.